Das ist gut. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph und heute gibt es mal was ganz Kurzes. Und zwar, wenn man in einem Dokument mit mehreren Sprachen arbeitet, wie man denn dann in diesen verschiedenen Sprachen die Rechtschreibprüfung durchführen lassen kann. Dies machen wir mit Word und mit LibreOffice. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst auch mal ein Like. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich auch über ein Abo. In diesem Video gehe ich jetzt davon aus, dass die automatische Rechtschreibprüfung aktiviert ist. Ich verwende in diesem Video ein Word 2016. Es gilt aber für alle Word-Versionen seit Office 2010. Und LibreOffice haben wir in der Version 7 im Einsatz. Ich werde dann noch mal auf eine Kleinigkeit eingehen, die es bis zu einer gewissen Version in LibreOffice 6 gab. Beginnen wir jetzt erst mal mit dem Word. Das heißt, ich öffne jetzt das Word-Dokument. Und wir sehen, die Sprache ist ja unten jetzt auf Deutsch-Deutschland eingestellt. Wenn man jetzt hier diesen Button anklickt, dann sieht man hier die Möglichkeit, welche Sprachen man hier auswählen kann. So weit hat ja noch jeder das so verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal den Mond klein geschrieben reinmache, dann wird der unterstrichen. Warum der nicht immer gleich automatisch ersetzt wird, weiß ich nicht. Man kann hier jetzt mit rechter Maustaste auf das falsche Wort klicken und das auskorrigieren lassen. So, jetzt sind wir in einem neuen Absatz. Und jetzt möchten wir gern in einer anderen Sprache schreiben, also die Rechtschreibprüfung machen. Das heißt, ich würde jetzt mal hier surbisch den Mond reinschreiben. Und wir sehen, dass der natürlich jetzt rot unterstrichen ist. Das liegt daran, dass wir hier unten Deutsch immer noch ausgewählt haben. Jetzt gibt es zwei Varianten unter Windows zumindest. Und zwar, man könnte jetzt hier die Sprache für die Rechtschreibprüfung umstellen. Aber die geschicktere Variante ist, die Tastatur umzustellen. Weil man ja in anderen Sprachen so oder so meistens Buchstaben hat, die man mit der deutschen Tastatur nicht schreiben kann. Das heißt, hier im Fall vom surbischen, also bei Englisch würde das ja noch gehen, aber im Fall vom surbischen haben wir ja eine ganze Menge anderer oder zusätzlicher Buchstaben zum westeuropäischen Zeichensatz. Das heißt, wenn ich jetzt das umstelle, die Tastatur, dann sieht man, der hat das jetzt korrigiert und hier unten hat er sofort auf obersurbisch umgestellt. So, ich kann jetzt natürlich nochmal auf den gehen. Dann sehen wir hier unten, der ist auf Deutsch. Dann kann ich den hier markieren und sagen, das ist jetzt mein obersurbisches. So, jetzt ist das falsch. Und jetzt kann ich das hier mit Rechtsklick natürlich korrigieren. Das heißt, das wird, reagiert hier auf die Änderung der Tastatur. Das gleiche passiert auch in LibreOffice. Das heißt, wir machen das jetzt mal bloß zur Demozehrung mal kurz auf. Das heißt, wir haben jetzt Deutsch. Hier unten ist auch Deutsch-Deutschland ausgewählt. Und wir geben jetzt mal den Mond ein. Wird natürlich richtig geschrieben. Und jetzt machen wir einfach mal das falsch. Und natürlich findet er jetzt nicht so sehr gut, wie das wird, die Ersetzung. Aber es wird ja unterstrichen. Dadurch weiß man, das ist falsch geschrieben. Das heißt, man kann das jetzt hier auskorrigieren. Dann hat er die Ersetzung. Genau. So, und wenn man jetzt das in obersurbisch machen will, dann würde ich jetzt mal auch Mond reinschreiben. Dann wird das natürlich unterstrichen, weil das in obersurbisch nicht erkannt wird. So, und jetzt machen wir mal ein Buchstaben falsch. Und wir können das ersetzen. Und wir sehen, der hat hier unten auch auf obersurbisch geändert. Das heißt, hier reagieren beide Programme gleich. Der einzige Unterschied ist bei LibreOffice älter als irgendeine 6er-Version. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, in welcher. Da hat das noch mit diesen Tastaturumstellen nicht funktioniert. Das heißt, da konnte man das nur über diesen Button abändern. Da LibreOffice aber kostenfrei ist, kann man sich ja jederzeit die neueste Version runterladen. So, deshalb schließen wir das. Das folgende ist alles identisch. So, wie ist das jetzt, wenn man zum Beispiel Texte hereinkopiert, die aus mehreren Sprachen bestehen? Und zwar, ich kopiere jetzt mal einen Text, der in Deutsch und in Englisch vorliegt, hier rein. Und man sieht, dass hier relativ wenig unterstrichen ist. Also hier unten ist ein bisschen was, hier ist ein bisschen was. Und zwar hat das Wirt erkannt, dass das jetzt in Deutsch ist und dass das hier unten in Englisch ist. Das ist aber nicht in jeder Version so. Und das ist auch nicht unbedingt gesagt, dass das erkannt wird. In LibreOffice ist das nicht der Fall. Es wird auf jeden Fall nicht erkannt. Also zumindest bei meinen Tests hat das nie funktioniert. Des Weiteren gibt es immer wieder mal Schwierigkeiten, wenn man dann so Text und eine automatische Erkennung oder man hat den Text bearbeitet und hat mal oben, mal unten gearbeitet. Und dann hat man das Problem, dass er so ein bisschen durcheinander kommt, was ist jetzt Deutsch und was ist Englisch. So, also die Korrektur wäre erst mal, dass man sagt, okay, ich mache erst mal alles auf eine Sprache. Das heißt, es ist alles auf Deutsch umgestellt. Jetzt sehen wir natürlich, dass der englische Text rot unterstrichen wird. Dann markieren wir einfach den englischen Text und ändern den auf die entsprechende Korrektursprache. So, wie kommt es jetzt zu verschiedenen Problemen? Und zwar je nach RAM-Version ist es unterschiedlich. Das ist natürlich auch im LibreOffice so. Das heißt, wenn man jetzt hier reinklickt, also in dieser Word-Version funktioniert das. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf Englisch und auf Deutsch und schreibe hier jetzt mal Moon rein. Und da sieht man, das ist jetzt Englisch geblieben. Das heißt, in dem Fall hat er jetzt die Sprache nicht mehr umgestellt. In manchen Programmen macht er das. Auch in manchen Office-Versionen, also ein bisschen älteren Office-Versionen, passiert das, dass die Sprache jetzt in dem Fall hier schon umgestellt wird. Hier in dieser Version macht er das nicht. Das heißt, es bleibt schön auf der englischen Variante. So, genau das Gleiche passiert, wenn man jetzt hier herauskopiert. Das ist auch nicht in jedem Programm. In manchen Programmen wird dann sozusagen, oder in manchen Versionen wird dann sozusagen die Sprache von hier oben durchkopiert. Wenn ich das jetzt hier reinkopiere, sehen wir, dass er hier sozusagen auf der englischen Variante geblieben ist. Jetzt müssen wir mal sehen, warum der das jetzt nicht korrigiert. Ignorieren. So, jetzt hat er es natürlich gefunden. Genau. Der unterstreicht es bloß nicht. Also das heißt, hier hat man jetzt so einen Fehler, der findet das bei der Rechtschreibprüfung auf Englisch, aber unterstreicht es nicht. Das heißt, der hat hier jetzt einen Misch zwischen Deutsch und zwischen Englisch. Das heißt, der erkennt, dass wir das von oben nach unten kopiert haben und dass es oben ja schon korrigiert war. Aber wenn wir die Rechtschreibprüfung in dem Absatz fortführen, dann findet der, dass das natürlich nicht Englisch ist und dass er in Englisch nicht weiß, was das jetzt sein soll. So, genauso kann das zu Merkwürdigkeiten führen, wenn man jetzt hier einen bestimmten Bereich nimmt und sagt, okay, das ist jetzt Deutsch. Dann unterstreicht er das jetzt hier. Das heißt, jetzt haben wir hier Englisch, hier haben wir Deutsch, hier haben wir Deutsch und hier haben wir Englisch. Und natürlich, umso mehr Korrekturen man macht, also das heißt, wenn das so große Texte sind, die über Wochen bearbeitet werden, dann kann das sein, dass man ganz, ganz, ganz viele solche Strukturprobleme hat und man das einfach nicht mehr gelöst bekommt. Dann macht man das, was ich erst eben gezeigt habe. Das heißt, man markiert alles, tut es erst mal auf eine Sprache machen und dann setzt man die einzelnen Absätze auf die gewünschte Sprache. Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen jetzt die grauen Haare erspart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte hinterlasst doch ein Like. Über ein Abo würde ich mich aufreuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Rest der Woche und einen guten Start in die neue. Tschüss, euer Christoph. SAP S,怒akinya 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 S,怒RP S,怒fr S,怒akinya S,怒 читs S,怒 S,怒